So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Soll ich mich freuen? Soll ich lachen? Soll ich weinen? Soll ich alles gleichzeitig, dass meine Tränen in meinen lachenden Mund rutschen und ich keine Pommes mehr für mein Salz brauche? Ne, andersrum, kein Salz mehr für meine Pommes, wie Young-Hun. Wer den kennt, schreibt es mal in die Kommentare. Denn es ist soweit, der zweite Teil vom Y-Event hat begonnen. Illuminierende Legenden Y, wer hat den zweiten Teil begonnen? Ähm, Fidinara ist da. Aber wo? Ich werde bekloppt. Ich möchte erstmal in den Shop reingehen kurz und möchte euch noch was zeigen. Und zwar, nicht in den Shop, äh, ins Umstyling rein. Vielleicht funktioniert es nicht, weil wir nicht die passenden Klamotten anhaben. Geht also mal auf Individualisieren. Geht mal auf Mützen, ja? Toll ist das. Fidinara Stirnbahn. Das kostet ja Geld. Das kaufe ich nicht. Okay. Wir gucken mal bei Oberteile. Toll. Fidinara Hoodie. Der kostet ja Geld. Den kaufe ich nicht. Äh, ich glaube, das hat sich erledigt. Deswegen kann ich den nicht entwickeln. Weil ich zu geizig bin, Geld auszugeben für die Fidinara Hoodies und die Fidinara Baggies und die Fidinara Somnium Hosen. Hä? Okay. Gibt es keine Fidinara Hose oder was? Ich bin auf jeden Fall verwirrt, denn wir wissen alle, es wurde ja festgelegt, es gibt den Namenstrick, Kira. Der funktioniert einmalig, aber den sollte man sich eigentlich aufsparen für was Besonderes. Denn es wurde noch weiter bekannt gegeben, dass ihr 70 Kumpelherzen benötigt, um ein Evoli zu Fidinara zu entwickeln. Jetzt habe ich mir extra schön drei Evolis hergenommen. Ich habe die mal Feli genannt. Ich habe hier nämlich eins. Das ist ein hundertprozentiges. Ja? Das wollte ich entwickeln, weil ich jede Evoli-Entwicklung auf hundertprozentig gemacht habe. Gleichzeitig wollte ich ein Shiny entwickeln, weil ich jede Evoli-Entwicklung auch als Shiny habe. Und dann wollte ich auch noch einen Shiny mit Blumenkranz entwickeln, weil ich jede Evoli-Entwicklung auch als Shiny mit Blumenkranz habe. Und das Gute ist, wenn ich das so machen würde, hätte ich hier männlich, ich hätte männlich und ich hätte weiblich. Also wenn ich die drei entwickelt hätte, das hätte alles komplett gepasst. 70 Kumpelherzen ist Stufe 2. Insgesamt wisst ihr ja, bei Beste Freunde, bei Beste Kumpel habt ihr 300 Herzen. Bei Hyperkumpel, ist das bei dem auch so? Bei, heißt das auch dann Hyperkumpel? Auf jeden Fall auf Stufe 3 mit dem Buddy braucht ihr 150 Herzen. Auf Stufe 2 braucht ihr 70 Herzen. Und ja, Stufe 1 nimmt man halt so mit. Da kann man gar nicht hingucken, dann ist das schon Stufe 1. Jetzt habe ich extra das schon vorbereitet. Ihr konntet das ja auch vorbereiten bei Psyana, bei Nachtara, konntet ihr vorbereiten. Alle haben gesagt, wenn die Aufgabe kommt, du musst das machen und so. Du kannst schon mal mit deinem Buddy laufen und das speichert sich das ja. Das weiß ja, wie lange so ein Teil schon gelaufen ist. Und du kannst das dann einfach reinnehmen als Buddy für eine Aufgabe und kannst das dann entwickeln. Bei anderen, wo es Entwicklungsaufgaben gibt, steht ja drunter, geh auf ein Abenteuer zusammen und dann zählt das unten den Fortschritt zusammen. Habt ihr jetzt aber bei einem Evoli nicht. Wenn ihr auf Evoli geht und ihr nehmt, gut, das kann man nicht entwickeln, wir nehmen jetzt das. Da gibt es keinen Button, wo dort steht, lauf als Buddy, um es zu entwickeln. Denn ihr wisst ja, wenn ich es einfach jetzt entwickeln würde, mit Fragezeichen, es wäre Aquana, Blitzer oder Flamara. Wenn ich an ein Modul gehe, am Moosmodul, wird es Fuli Purba. Am Gletschermodul wird es Glaciola. Wenn ich als Buddy laufe und es nachts entwickle, wird es Nachtara. Wenn ich als Buddy laufe und es tagsüber entwickle, wird es Psyana. So, das ist alles. Beziehungsweise müsst ihr zwei Bonbons finden, während es als Buddy läuft. Also 10 Kilometer, zwei Bonbons, alles klar. Aber was ist hier? Ich verstehe es nicht. Ich habe das jetzt extra gemacht. Wenn ihr hier reinguckt in meine Buddies, die wir wechseln können, das, was ich jetzt angelegt habe, das ist auf jeden Fall, das hat über 70 Herzen. Das ist auf Überstufe 2, ja, hat über 70 Herzen. Wenn ich das aber entwickeln will, steht natürlich dran, es wird zu Psyana. Psyana. Und warum? Weil es... Wieso ist da eigentlich ein Mond? Sind die behindert? Ein Mond und da ist ein Dings dran? Das ist das allgemeine Wetterzeichen, oder was? Es ist auf jeden Fall über 10 Kilometer gelaufen mit diesem Buddy und es ist tagsüber perfekt, also um einen Psyana zu entwickeln. Ich möchte doch aber keinen Psyana, ich möchte doch einen Felinara. Deswegen dachte ich, okay, am Anfang könnt ihr das machen, sobald ihr aber mindestens zwei Herzen habt, wechselt der Button unten und es kann nur noch Felinara werden. Jetzt bin ich über die zwei Herzen und es zeigt mir trotzdem Psyana an. Keine Ahnung. Auch bei den anderen, weil ich die gerade nicht als Buddy angelegt habe, so bin ich jetzt wieder raus, die anderen habe ich gerade nicht als Buddy angelegt und deswegen steht da Fragezeichen. Das heißt, da kommt kein Felinara raus. Da würde bei beiden einfach Aquana, Blitzer oder Flamara rauskommen. Um euch zu zeigen, dass die alle aber entsprechend genügend Herzen haben, außer das eine, das hier mit Blumengrand, seht ihr, das hat auch seine zwei Herzen komplett voll. Das heißt, es hat 70 Herzen gesammelt, um Stufe 2 zu haben. Das hat es nicht ganz geschafft, also habe ich mir gedacht, okay, die zwei ersten haben die Herzen voll, machst du Felinara und bei dem machst du halt den Namenstrick, gibst Kira ein und dann hast du auch Felinara passt. Aber irgendwie passt gar nichts. Ich habe auch noch von keinem gehört, der jetzt ein Felinara entwickelt hat, ohne den Namenstrick. Visa Fan TV hat ein Video gemacht mit dem Namenstrick, schon das zweite Mal, dass er ein Video macht mit dem Namenstrick. Wir müssen das jetzt leider so machen, aber ich habe keine Ahnung, warum das so bescheuert ist. Jetzt sagen wieder welche, ja, das zählt erst ab jetzt. Erst ab jetzt, wenn du das nimmst und Herzen verdienst und so weiter. Wenn ich doch aber eins schon auf Best Buddy habe, was ich damals gemacht habe und habe gesagt, oh, Evoli finde ich so geil, ich habe einen Hunderter, das mache ich zu Best Buddy, mache ich Kumpelschleife dran, dann will ich das irgendwann mal zu einem Felinara machen, wenn ein Felinara ins Spiel kommt, boah, ich rasse so komplett aus. Ihr müsst doch die Möglichkeit haben, ohne den Namenstrick, das zu machen. Selbst wenn ihr da schon mehr als 70 Herzen habt, wie kann es denn sein, dass die Herzen erst ab jetzt hier zählen? Aber gut, selbst wenn das vier volle Herzen hat, vielleicht kann man natürlich trotzdem nachträglich weiterlaufen, laufen, laufen. Und dann zählt das im Hintergrund dazu, auch wenn ihr das nicht mehr seht, aber so viele Leute haben sich jetzt vorbereitet, So viele Leute haben ihre Evolis angelegt, ihr seht, wenn ich Kira hier angebe, ist sofort unten das Fragezeichen weg, das Psyana ist weg, alles ist weg. Es ist auf jeden Fall der Schatten von Felinara da. Wir möchten deshalb jetzt dieses Felinara entwickeln mit dem Namenstrick. Moment, das war das Falsche. Herr Bleistift verfolgt dich jetzt. Grüße gehen raus an Herr Bleistift. Das ist also das Felinara. Wuhu, richtig genial. Neuer Pogodex-Eintrag. Jetzt bräuchte ich trotzdem noch das Shiny. Ich bräuchte noch ein weibliches. Eigentlich bräuchte ich auch noch ein... Ähm, ich bräuchte auch noch ein... Wie heißt's? Ein Lucky. Und weil das Felinara so toll ist und weil alle so Felinara feiern und weil ich 368 Bonbons hab, XL, würde ich jetzt sogar ein Power-Up durchführen und das Felinara direkt auf Level 50 pushen. Das hat jetzt also 620 dazu bekommen, kommt auf 3470. Das ist auf jeden Fall eine Wucht. Ja. Ruckzuck-Hieb. Was kann er sonst noch? Charm. Uh, ist der Böse. Guckt euch den an. Mit Schirm, Charm und Melone. Und ohne Ruckzuck-Hieb. Richtig heftig. Kira auf jeden Fall. Äh, ja. Evoli, halt. Felinara. 100%. 100% Felinara. Aus dem Thailand-Urlaub. 3470. Wenn das Best Buddy ist, ist es natürlich nochmal ein Stück höher. Ist dann halt Level 51. Level 51 kann man es auch in der Meisterliga, glaube ich, spielen. Was, Gottverdammt, mach ich denn jetzt aber mit den Homies hier? Wenn ich die einfach entwickle, dann wird das Aquana nach Tara sonst was. Es wird nicht das, was es sein soll. Wir haben ihn jetzt hier. Das ist aber keine große Kunst, weil wir es mit dem Namen gemacht haben. Entweder ist das trotzdem irgendwie noch nicht freigeschalten. Oder es zählt wirklich erst, wenn ihr jetzt ab dem Eventbeginn dann einen Buddy anlegt. Und dann das Spiel merkt, dass ihr 70 Herzen verdient habt. Selbst wenn ihr schon beste Freunde seid mit einem, müsst ihr trotzdem dann ab Eventbeginn nochmal 70 Herzen verdient. Die ihr nicht mehr seht auf den Gesamtstatus. Aber ihr beim täglichen Anlegen seht, wie viel es dazukommt. Ihr könnt ja bis zu 20, also eigentlich 23, jeden Tag verdienen oder so. Dann wahrscheinlich noch mehr, keine Ahnung. Könnt ihr aber reinschreiben, wie das bei euch ist. Ansonsten würde ich nochmal ein Video machen, wenn ich die anderen zwei entwickle. Damit ich eben die Shiny-Familien auch voll habe. Habt ihr euer Felinara schon entwickelt? Was habt ihr für einen Felinara entwickelt? Schreibt es mal in die Kommentare. Wir können jetzt hier Felinara nochmal eingeben. Können hier nochmal auf den Pogedecks und sehen. So, fertig. Felinara. Eins gesehen, eins gefangen. Männlich ist da. Kein Lucky. Das heißt, ich brauche wieder Evolies. Wer Evolies hat, kann sich ruhig bei mir melden. Wir können ein paar Evolies tauschen für Lucky Evoli, um ein Lucky Felinara noch zu machen. Irgendwann, wenn man weiß wie. Einzige Möglichkeit wirklich ab jetzt nochmal mit dem Buddy, der schon über 70 Herzen hat, reinzugehen. nochmal 70 Herzen dazu zu verdienen. Das heißt, er müsste dann ungefähr schon Stufe 3 sein beim Kumpel. Und dann müsste es aber definitiv gehen. Außer es ist ein Bug. Es ist ein Fehler. Dass sie irgendwie vergessen haben, das schon umzuschalten. Dass das nicht zählt. Denn alle sind davon ausgegangen, dass es rückwirkend zählt. Dass sie schon mal eins vorbereiten können. Und dass man weiß, okay, du brauchst 70 Herzen auf diesem Pokémon. Du musst also Superkumpel sein mit diesem Pokémon. Du bist Superkumpel mit diesem Pokémon. Also hast du eine Bindung schon aufgebaut. Und durch diese Bindung, mindestens Superkumpel, entwickelt sich das. Es hat ja keiner geschrieben. Leg ein Dings an und sammel dann 70 Herzen. Sondern man muss 70 Herzen insgesamt auf einem Evoli haben, um es zu Felinare zu entwickeln. Deswegen war für mich nicht dieser Zeitraum gegeben, dass das vorher schon so sein muss. Das war es also jetzt. Probiert es halt mit Chiara. Wenn ihr Bock habt, schreibt mal rein. Habt ihr ein Gutes entwickelt? Habt ihr ein Shiny entwickelt? Habt ihr ein Blumenkranz-Shiny entwickelt? Habt ihr was anderes entwickelt? Spart ihr euch das noch auf? Wartet ihr noch, bis man da genauer was weiß? Das war es jetzt von beider Seite aus. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und heute Abend, so wie es aussieht, gibt es Gala-Zick-Zack-Rates für Zuschauer. Wenn ihr also auf der Shiny-Jagd nach Gala-Zick-Zack seid, schaltet heute Abend ein ab 18 Uhr. Das war es jetzt wirklich. Von meiner Seite, jetzt gibt es nämlich gleich Maultaschen, die schon verdört sind. Die müssen weg. Ramses Kitchen wartet. Peace out.